Perfekte Frühjahrsskilaufbedingungen hier im Salzburger Land in Minskau. Traumhafter Schmäh, es schmiert, die Sonne scheint. Saalbach-Hinterklemm.at heute zu Gast auf der Schmittenhöhe bei Zell am See. Wir müssen auch hier mal schauen, wie die Pisten sind, damit wir wissen, wie es hier so zugeht. Es sind herrliche Bedingungen. Da hinten Skizirkus Saalbach-Hinterklemm. Auch herrliche Bedingungen. Na ja, dann fahren wir jetzt weiter und wir sehen uns noch auf der Hütte. Servus!